Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Heute endlich, wie versprochen, der Barbaren-Aufwühlen-Bild. Hatte ich ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt, dass ich dir vorstellen will. Und er ist soweit, würde ich sagen, fertig. Das Ganze spielt auf Überwältigen und nicht auf Crit und Verwundbarkeit. Crit ist schon auch mit drin und auf Verwundbarkeit, aber der Haupt-Damage-Dealer ist auf jeden Fall Überwältigen. Ein bisschen so wie der Druiden-Pulverisieren-Bild, den ich gebaut habe. Nur, dass ihr hier zwei Überwältigungs-Ressourcen-Quellen weniger habt, aber dafür wiederum eine mehr durch das Waffenwechseln. Aber da komme ich gleich drauf zu. Ich wollte euch erst einmal zeigen, wie viel Schaden der so machen kann. Ich muss auch sagen, der ist... Für mich ist wichtig, dass ein Bild ausgewogen ist. Man könnte den jetzt noch mehr auf maximalen Damage machen, sodass man noch höhere Damage-Zahlen erreichen kann. Aber ein Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Deswegen weiß ich nicht, ob ich unbedingt 100 Millionen, 200 Millionen brauche. Wenn ich lieber öfter 1, 2 Millionen und dann 40, 50 Millionen mit einer Überwältigung habe, ist mir das lieber, als dass ich nie Damage mache und mit einer Überwältigung dann auf 200 Millionen komme. Deswegen ist der Bild hier sehr ausgewogen. Ich habe jetzt hier drin auch den Verhängnisbringer, das ist ein Uber-Unic und Harlekins-Krone, das ist ein Uber-Unic. Die beiden werde ich natürlich für euch im Bild, der ist wie immer unten verlinkt, rausmachen. Wenn ihr aber auf den Uber-Unic-Grind geht, Harlekins-Krone, der Doom-Bringer bzw. Verhängnisbringer und auch Großvater, der Großvater hat die Zweihand-Waffe, die ihr mit den Barbaren als Uber-Unic finden könnt. Und die können in dem Bild natürlich auch nur integriert werden und machen den Bild um einige stärker. Ich werde hier später auch noch den Großvater mit reinpacken, sobald ich ihn gefunden habe. Bis dann habe ich aber leider, mal in Anführungsstrichen, leider nur den Verhängnisbringer und nur Harlekins-Krone. Aber nochmal, wie gesagt, für euch werde ich die beiden Dinger rauspacken. Worauf es ankommt, ist natürlich, dass ihr euren Überwältigungsschaden extrem hoch habt, eure Crit-Chance extrem hoch habt und dann den Crit-Schaden hoch habt. Verwundbarkeit würde ich so gut es geht rauslassen, dafür immer lieber Überwältigung nehmen und Crit-Schaden. Und wenn wir uns mal meine Werte hier angucken, könnt ihr sehen, ich bin hier ungefähr bei 1800 Überwältigungsschaden. Wenn ihr anstatt dem Verhängnisbringer einen Kolben nehmt, dann seid ihr da auf jeden Fall weit über 2000 Überwältigungsschaden. Aber das meinte ich eingangs mit, ich habe es lieber ein bisschen ausgewogen, als nur auf eine Quelle zu vertrauen. Dafür habe ich ein bisschen mehr Crit-Schaden mit 546, das heißt ein normaler Crit ohne Überwältigung macht auch guten Schaden. Und Crit-Chance solltet ihr ungefähr bei 50% rauskommen. Wenn ich noch ein besseres Amulett hier habe, was nochmal 3% mehr Crit-Chance hat, dann geht das auch nochmal hoch. Dazu kommen ja in Season 2 die Vampir-Fertigkeiten. Da gibt es eine, die die Crit-Chance hier erhöht. Die könntet ihr natürlich mit reinpacken, die habe ich hier jetzt gerade draußen. Die würde aber normalerweise auch noch mit reinkommen, wenn ich noch einen Kelch mit drin habe. So könnt ihr dann, wenn ihr genug Sterlung habt, auch noch die Crit-Chance um 8% erhöhen. Wichtig ist natürlich der Höllhammer, der gibt uns 6 Ränge auf Aufwühlen. Dann nochmal die Handschuhe, die uns auch 6 Ränge auf Aufwühlen geben, äh 4 Ränge auf Aufwühlen. Und ganz wichtig, wie gesagt, überall Crit-Chance und Überwältigungsschaden. Das heißt hier auf den Handschuhen natürlich den Überwältigungsschaden, auf dem Hammer den Überwältigungsschaden, auf dem Zweihandschwert den Überwältigungsschaden, auf den Ringen die Überwältigung. Und wenn ihr jetzt noch das Amulett nicht habt, müsst ihr da auf jeden Fall Überwältigung drauf. Und ich habe jetzt hier T-Bowls Wille, das solltet ihr auf jeden Fall auch nehmen, weil der macht, dass ihr, wenn ihr unaufhaltsam seid, 40% mehr Schaden macht. Und ihr seid immer unaufhaltsam, sei es mit dem Dash nach vorne, sei es mit einem Schrei oder mit der Ult oder wenn ihr einfach nur angreift mit dem Höllhammer, seid ihr auch schon im Berserker-Modus. Weil auf der Fähigkeit von Aufwühlen habt ihr, wenn ihr die einsetzt, entweder gegen einen Boss oder gegen zwei Gegner, seid ihr immer im Berserker-Modus. Das heißt, ihr seid immer unaufhaltsam und so habt ihr flat immer 40% mehr Schaden durch T-Bowls Wille. Dann natürlich ganz wichtig, Talisman des Verbanden Fürsten, der gibt euch nochmal eine Überwältigungsquelle und nochmal erhöhten Schaden. Ganz wichtig ist auch, nach 8 Waffen wechseln überwältigt eure nächste Fertigkeit. Da müsst ihr immer schauen, dass wenn ihr 8 Wechsel habt und ihr überwältigt, dass ihr nicht aus Versehen die Barast-Attacke benutzt, sondern natürlich Aufwühlen, damit ihr da den maximalen Schaden rausholt. Ich werde oft gefragt bei meinen Builds, ob die Builds Uberlillit besiegen können und ja, dieser Build hier kann Uberlillit besiegen. Da werde ich euch mal gerade den Fight von gestern einblenden. Das war mir auch wichtig, dass ich mit dem Build hier einmal zeige, dass Uberlillit besiegt werden kann. Ist relativ easy, Uberlillit wurde sehr genervt. Ihr one-hitted die im Prinzip und in der zweiten Phase one-hitted die einfach nochmal und dann ist die auch schon down. Müsst ein bisschen ausweichen, geht aber relativ easy. Selbst wenn ich das hinkriege, kriegt ihr das auf jeden Fall auch hin. Paragon Board will ich eigentlich nur eine Sache drauf eingehen und zwar, welche Glühvie als erstes leveln solltet. Und das ist meiner Meinung nach auf jeden Fall Marshall, weil an der Position, wo Marshall ist, gibt es richtig viel Überwältigungsschaden. Und Marshall macht, dass magische Knoten einen Bonus bekommen. Und wir haben hier Überwältigung, 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 Überwältigung. Der ist keine Überwältigung, aber der. Und hier auch nochmal. Deswegen, diese 4, 5 Paragon Knoten plus die Glühve sind am Anfang das Wichtigste. Dann würde ich sagen, ist Ausbeuten das Wichtigste, dass ihr a. die Gegner verwundbar macht. Natürlich könnt ihr auch einfach mit dem Dash und der Vampirfertigkeit den Gegner verwundbar machen. Das macht ihr auch bei Uberlillit. Aber wenn ihr gerade den Dash nicht habt, ist das auf jeden Fall eine sehr gute Möglichkeit, um den Gegner verwundbar zu machen. Und dann ist eigentlich egal, welche Glühven ihr als nächstes auf 15 macht. Aber die beiden würde ich auf jeden Fall als erstes machen. Ausbeuten und auch Marshall. Zermalma natürlich auch wichtig. Gibt nochmal flat 30% Überwältigungsschaden. Aber wie gesagt, die sind dann nicht mehr so wichtig. Das Paragon Board ist komplett, so wie ich es hier habe, auch im Bild drin. Und ich würde sagen, das ist auch mit... Ich habe viel rumgetüftelt. Wenn ihr noch irgendwie Ideen oder Vorschläge habt, wie man da vielleicht was ändern kann, schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich habe viel rumgetüftelt und das ist bis auf den letzten Punkt... Also besser habe ich es nicht hinbekommen. Ich habe viel rumgetüftelt. Wenn ihr es besser hinbekommt, dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, falls man hier nochmal was ändern kann. Expertise benutze ich selber den Zweihandstreitkolben für den erhöhten Crit-Schaden gegen verwundbare Gegner. Ihr könntet aber auch Zweihand-Axt nehmen für 15% mehr Schaden gegen verwundbare Gegner. Das könnt ihr so entscheiden, wie ihr wollt. Ich habe jetzt hier die Zweihandstreitkolben, weil ich da einfach einen doppelten Effekt habe mit der Wut und mit der Verwundbarkeit. Bei der Axt kriege ich ja nur den Verwundbarkeits-Buff und nicht die Crit-Chance, weil ich keine Axt benutze. Deswegen benutze ich hier auf jeden Fall den Zweihandstreitkolben. Und ansonsten bleibt nicht mehr viel zu sagen. Dann baut der nach, wenn ihr Überlillit besiegen wollt, wenn ihr richtig viel Schaden hauen drücken wollt. Wir können hier gerade nochmal ein bisschen durchgehen. Die Schadenzahlen können bis 50 bis 100 Millionen hochgehen, wenn ihr es drauf anlegt. Ich selber, wie gesagt, habe es lieber ein wenig organischer. Ich habe lieber ein bisschen mehr Leben, ein bisschen mehr Survivability. Und mache dann so durchgehend immer 1-2 Millionen. Und dann, wenn es drauf ankommt, 20, 30, 40 Millionen. Durill könnt ihr damit gut besiegen. Also durchweg ein wirklich solider Bild, finde ich. Schreibt mir gerne eure Meinung unten zum Auffühlen-Bild. Bin ich sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Lasst mir gerne voll auf den Kanal, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ich würde mich sehr über ein Like freuen. Und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.